Mr. Freako! Okay. Gehen wir direkt mal rein hier. Oh, 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 ich hab Angst, ich hab Angst! Okay, auf geht's. Können wir hier schon rauf? Wahrscheinlich nicht. So ne Skiller sind wir nicht. Da müssen wir ja auch gar nicht. So, wir starten schon beim Exit. Ich will hier rein, lass mich rein! Okay, was ist hier los? Hier kommen wir... Ah, doch. Ah, da müssen wir... Da müssen wir schneller sein. So, genau. Wollen wir hier schon hin? Scheiße, das hab ich aus Versehen schon aktiviert. Was ist denn hier los? Da können wir doch noch gar nichts machen. Scheiße. Gehen wir erstmal hier runter. Ich weiß nicht, wo man zuerst hin soll. Mal hätten wir... Ah, scheiße. Hä? Ey, das ist voll Zwickmühlen-Style hier. Jetzt sind wir schon wieder hier. Oh. Heftig. So, hier brauchen wir noch nicht hin. Dann können wir erstmal hier hin. Oh man, was geht hier ab? Äh, ja. Was haben wir jetzt denn gemacht? Wie haben wir das denn jetzt hingekriegt? Hä? Ja, und jetzt? Ah, okay. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Ich kann es mir schon denken, auf jeden Fall. Ah. Das müssen wir hier perfekt hinkriegen. Komm. Jawoll, haben wir. Jetzt können wir auch hinterher hier. Zack. Genau, den da rein. So, jetzt können wir hier weiter. Was müssen wir hier jetzt? Oh, brauchen wir auch einen Stein. Wo haben wir denn noch einen? Hier können wir erstmal nicht wieder zurück. Toll. Jetzt müssen wir... Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier nochmal lang. Ist denn da noch was gewesen? Hier war doch gar nichts mehr. Hier haben wir... Hier ist keiner mehr. Hier ist nichts mehr. Ja. Tja. Darunter nicht. Dann müssen wir hier runter. Hier können wir doch... Ah, jetzt ist das Boot hier im Wasser. Ja, wozu denn überhaupt? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber wir können hier auf jeden Fall... Aha. Tja. Wir kriegen das Boot doch aber nicht... ...nicht weiter runter. Hm. Hätten wir vorher... ...vorher wahrscheinlich schieben müssen. Jetzt haben wir es wahrscheinlich verkackt, denke ich mal. So. Was geht hier jetzt ab? Genau, den haben wir schon mal erwischt. Zufälligerweise. Komm, den will ich auch... Den kriege ich. Nee. Ah, noch nicht ganz. Gleich haben wir ihn. Bam. Ah. Ich betäube ihn immer nur sozusagen. Ah. Na gut, jetzt habe ich ihn. So geht's auch. Wohin jetzt? Man weiß es nicht so genau, ne? Sollte jetzt... Man weiß halt nicht, wo man lang muss, ne? Hier lang oder da lang. Nee, hier haben wir nichts. Kein Boot am Start. Hier können wir nicht weiter. Müssen wir erstmal... wieder zurück. Zack. Oh nein. Wird voll vom Luft weggewirbelt. Was ist das für Scheiß? Shit. Egal, hier hin. Geht auch. Aha, hier ist unser Bötchen. Ein Bötchen. Wie sollen wir das jetzt... Ah. Es ist runtergefallen. Ich verstehe. Muss man erstmal alles kapieren hier, ne? Zack. Rein da. Jetzt können wir hier durch. Leine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Was geht bei denen denn jetzt? Ich geh erstmal hier lang. Was ist denn? Hä? Wozu soll das jetzt gut sein? Aha. Ah, okay. Das ist ja auch cool. Aber ich glaube, ich geh nochmal... Oh, oh. Nein. Ah. Wäre ich einfach... Mann. Egal, jetzt sind wir hier. Hm. Was müssen wir hier jetzt machen? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Boah, was ist das für ein Vieh. Alter. Was müssen wir hier jetzt machen? Da kommen wir wieder hoch. Ja, und was dann? Oh Leute, man weiß echt nicht, was hier los ist. Das ist viel zu viel alles. Das ist echt scheiße. Hau ab. Bloß weg mit deinem Scheiß hier. Ach toll, das war ja eingesperrt. Das natürlich... Auch nicht das... Hä? Ja, das ist ja jetzt mega kacke. Wie sollen wir das denn machen? Das ist ja interessant. Ah. Ah doch, ich weiß... Ja doch, natürlich weiß ich wie. Oh, hau bloß an mit deinen Bällen hier. Junge, die Gegner werden ja auch immer härter hier. Oh Mann, hau ab. Oh, lecko, ey. So eine... Jetzt aber. Ja, wie kommen wir... Ah, da oben müssen wir ran. Ich glaub's nicht. Mann, verzieh dich doch mal. Alter. So, jetzt haben wir's. Oh, was für eine Scheiße. So, zack. Zack. Genau. So geht das. Können wir da jetzt irgendwie hinterher? Ich geh da jetzt hinterher. Ach, geht ja nicht. Scheiße. Können wir gar nicht. Muss ich hier erstmal wieder hoch. So. Scheiße. Scheiße. Komm schnell weg hier, bevor er wiederkommt. Wieso? Kommt man da jetzt nicht lang, oder was? Scheiße. Ich komm noch nicht rüber. Geht doch. Jawohl. Jawohl. Man muss nur einmal ein bisschen Skill beweisen. So, jetzt haben wir doch die Viecher hier. Wunderschön. Und den haben wir auch schon geholt. Sehr gut. Ast rein. Alles mit einem... Oh. Alles mit einem Streich. Guck mal. Mussten wir sogar machen, sonst wären wir hier eh nicht rangekommen. Jawohl. Voll geil. Alles geholt. Hammer. Jehoah. Okay, jetzt sind die Level anscheinend ein bisschen anders aufgebaut, dass man das alles erledigen muss. Ja. Sehr schön. Haha. Was hat er denn? Schreit voll rum. So. Was ist jetzt los? Zack. Alter. Voll am rumschreien. Was geht bei denen? Okay. Hier kommen wir nicht ran. Ah. Das schaffe ich nicht. Oder? Warte mal. Ne. Da komme ich nicht ran. Definitiv komme ich da nicht ran. Außer mit Megatricks. Oh oh. Ne. Komme ich nicht. Egal. So. Wie? Was geht hier? Muss man erstmal alles verstehen. Da komme ich da auch nicht rein. Definitiv nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Also ich kann nur hier lang. Und jetzt. Toll. Ich brauche das Schweinchen. Ich brauche das Schweinchen. Wie soll ich das schaffen? Das. Ah. Doch. Ich weiß wie. Ich muss hoch. Aber ich kann nicht springen. Scheiße. Ich muss das Schweinchen kriegen. Ah. Komm schon, komm schon. Das muss ich schaffen. Ich muss mich auch festhalten am Schweinchen. Verdammt. Ah. Komm schon. das ist doch alles hier ja jetzt ja aber bitte nicht sterben nein nicht sterben weg hier weg 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 ja wir haben es sehr gut jetzt können wir hier durch sehr gut auch wieder muss man scheint springen oder genauso schweinchen schiss danke dass du mir geholfen hast okay das ist mal hier irgendwie durch ja scheiße zack das ist natürlich hart 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 ja geht doch weiter ach du scheiße was ist denn das jetzt da können wir einfach rüber gehen ohne zu stampen so was ist jetzt los mit oben oder unten lang ich war einfach weil man weiß es nicht das funktioniert natürlich nicht das boot können wir uns schnappen da komme ich gar nicht rüber was ist denn das jetzt für ein scheiß wieso das kann ich gar nicht machen hier scheiße kann ich noch nicht machen muss ich erst hier lang was geht ja auch nicht wie soll ich da lang kommen moment jetzt habe ich die idee ausgeschaltet oder man weiß es nicht ich habe keine ahnung jetzt okay ich verstehe oh nein ich idiot aber jetzt habe ich den plan leute jetzt habe ich den geilsten und glaube ich muss das aber auch machen hier jetzt habe ich den geilsten ist ja schon noch aus können wir hier aufpassen sagt schätze mal ich muss dann ganz schnell da rein oder eigentlich nicht ach nee das ist für was anderes jetzt verstehe ich das habe ich hier auch verpasst hier ist nix man 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 was ist hier los darauf aha okay 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 wir kommen gleich nicht mehr hoch oder schätze ich mal zack mal den aktivieren nach scheiße so was ist hier ach hier ist schweinchen wieder schnappen wir uns doch mal das schweinchen da 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 ah scheiße schweinchen komm komm rauf ja mein schweinchen ja sehr gut so geht doch das ist jetzt hier los aber das ist da rein nein nein wieder rauf kommen wieder rauf so machen es erst mal anders so erst mal ach geht ja auch nicht scheiße moment können wir das mit runternehmen geht auch nicht scheiße wie können wir uns den dann bitte holen gar nicht ne wieder so im kack hier dass wir den nicht kriegen ich krieg den nicht ich krieg ihn nicht naja scheiß drauf so hier sind wir schon wieder wo müssen wir jetzt hin weiß auch keiner da können wir weiter ich sehe es schon und jetzt komme ich hier nicht mehr rauf das ist ja auch schon wieder mega kacke kann ich nicht ganz vorsichtig auf die kante hier ah scheiße kann ich nicht und nein wieder ganz hier was ich man kann doch minimal auf diese kante springen das weiß ich ganz ganz leicht kann man genau so jawohl ich hab's sehr schön jetzt vorsichtig hier nicht sterben jawohl haben wir habe ich es diesen wollknoll noch geholt das ist immer gut warum nicht ne wenn man es schon schaffen kann dann sollte man es auch so bam 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 schön na guck mal an schaffen wir doch mal wieder drei level am stück in einer folge sehr gut würde ich mal so sagen mensch ja so oha jetzt geht's los hier aber das kriegen wir hin so 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 das ist ja easy das ist ja easy me easy da 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 so was geht hier ab einfach nur runter aber hä was soll das denn sein ach ne das brauchten wir eben ja ja ist ja gut und hier ja kommt mir gerade komischerweise viel zu leicht vor hier ich weiß auch nicht oh oh schnell mal hier durchrushen da 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 oh oh was ist hier los komischerweise ist das gerade relativ leicht merkwürdig ist das wirklich ok 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 was ist hier los so so warum ist da unten noch ein aber wir müssen bestimmt gleich nochmal zurück das level das kommt mir irgendwie auch ein bisschen merkwürdig vor ehrlich gesagt da 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 ja das kommt mir sehr sehr merkwürdig vor guck mal was hier los ist Leute irgendwas stimmt doch hier nicht so jetzt haben wir es nämlich freigeschaltet alles oh was ist jetzt los zack aha so ja sind wir wieder hier jetzt bestimmt das ganze nochmal irgendwie nochmal schwerer oder so voll die verarsche voll die verarsche so müssen wir jetzt hin ok hä ah jetzt haben wir hier den checkpoint ja seht da mal dasselbe bloß nochmal härter na super so oh ok dann müssen wir hier ran ich verstehe ah ah kriegen wir aber hin Leute kein Problem für uns ah Mist da muss die Erd springen ich verpeils aber immer so 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 jawohl wo jetzt also hier genau guck mal das geht doch voll klar auf jeden Fall warte mal kurz ab zack nein ah ich dachte der jump von alleine soweit oh da muss man oh wie schnell soll ich denn da sein alter ah hier kann man sich ja festhalten sehr gut sehr gut nein ich lass mich voll fallen darauf glaub's nicht ah hält er sich nicht fest jetzt ich darf jetzt nicht schwach werden hier muss ruhig bleiben was manchmal halt gar nicht so einfach ist ne komm sehr gut komm 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 so festhalten oh man alter wieso boah das jetzt wird's echt knackig hier scheiße besonders weil dieses Schusskackgerät da am Start ist so jetzt komm halt dich oh nein das Teil der Mitte taucht gar nicht mehr auf auch scheiße ehrlich kacke oh scheiße okay Leute ich hab mal ich hab meine Schwachstelle gefunden tatsächlich tatsächlich hier ich hab sie gefunden halt dich oh man jetzt spring ich da wieder daneben na ich krieg's auf jeden Fall aber noch hin hier denke ich mal ja haben wir sehr gut nein jetzt kommt diese Scheiße da oh man diese rote kacke die regt mich auf oh das war knapp komm schnell weiter ja schön nein komm jetzt schnell ja halt dich oh ja gut haben wir oh mein Gott ey und den Wollknoll auch noch geholt sehr schön ah Hilfe mein Gott was für ein Level schon wieder so das haben wir jetzt sind hier noch zwei kriegen wir das aber auch hin definitiv ah ok vielleicht doch nicht nicht so einfach ja oh mein Gott ok wir haben's alter haben tatsächlich mal wieder drei Level in dieser Folge geschafft hammergeil Leute Ergebnis ja wahrscheinlich B ja gerade noch B würde ich fast behaupten ja sehr schön Leute geil ihr merkt schon mein Skill wird besser na gut ich würde sagen was war es mit dieser Folge Let's Play Battle Blog Theater ich wünsche euch noch eine schöne Woche gebt doch einen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat und ich würde dann sagen haut rein bis dann ciao